Hallo ihr Lieben. Mal ein kleiner Fensterputz im Stall, dass man alles gut erkennen kann. Und warum, das zeige ich euch. Die Kinderstube der Küken. Hier, der Modi, der Hahn. Der hat in der Ecke, weil das Tor aus ist, ein kleines Sonnenbad. Und er schützt seine Kleinen. Er ist natürlich auch gemütlich. Er wirft einen ganz schönen Schatten an die Wand. Kleine Modi, schau mal. Hallo Kleine Modi. Könnte sein, dass er anfängt zu fauchen. Es könnte sein, dass er anfängt zu fauchen, weil normalerweise die Hähne böse werden, wenn die ihre Kinder betreuen und erziehen. Kleine Modi. Also es geht allen gut. Schaut weiter ein und beobachtet das. Schaut mal die Beine. Schaut.